Wir warten und warten, bis der Ladebildschirm sich wieder verflüchtigt hat. Wisst ihr, was ich übrigens blöd finde? In den Trainingsgeländen, bzw. jetzt gibt es noch keine Schwimmbäder, die müssen extra neu gebaut werden. Aber ich schätze, da gibt es tausende Leute, die sich dazu berufen fühlen und sagen, so, jetzt machen wir ein öffentliches Gelände und darin machen wir ein Schwimmbad. Da gehe ich zumindest von aus. Aber ich weiß, dass hier Party gemacht wird. Und halte ich mit Kopa. Geldi ist müde. Wer ist ein Kollege? Freunde, Celine, Sarah und Vivian. Was ist mit Dodo? Kannst du nicht plaudern, weil du gerade am Arbeiten bist. Was ist mit Boon? Plaudern mit Boon. Frag ihm nach dem Tag. Geldi tanzt eine Runde. Nicht tanzen, mit dem Boom plaudern. Das ist die Alina, ne? Richtig gelesen, tatsächlich. Hallo. Geldi ist müde. Frupa, Torca, Trimms. Lustige Geschichte erzählen. Cool. Was erzählst du denn so? Was erzählst du denn so? Oh, da kriegst du ein bisschen Geschick, der erzählt. Nett am Mixen. Pool vom Mindest 1x1 kaufen, weil kein Luxus zu Hause hat. Vom Mindest 1x1, klar, so ein Mini-Pool, ne? Über Lieblingsband reden. Nein, kam noch nichts. Über Lieblingsmusik reden, was ist denn? Über Lieblingsbands reden. Los, Kelly. Was macht Celine eigentlich? Oh, tiefe Bindung mit Kopa am Plaudern. Laber, laber, laber. Setzt euch doch mal. Beförderung zum Agenten-Vorgesetzten. Dodod, Geld verdient. Sehr schön. Los, Keldi, du brauchst Kollegen. Über Fitness-Techniken. Oh, der Johnny. Das ist nur mit Kopa plaudern. Wie wäre es denn? Übrigens gibt es auch Badekleidung. Alltagskleidung und Badekleidung müssen wir noch wechseln. Erstmal. Erstmal, wenn du Abendkleidung trägst. Eigentlich ist zwar kein Haar, aber hey. Keldi. Schmeiß dich mal in Schale. Und? Einfach mal von den Leuten umziehen. Besten Dank. Und eine Brille aufsetzen. Viel besser. Einmal mal in Klammern wechseln. Star imitieren. Das kann der Keldi ja gut. So, so, terrific. Wo bist du denn? Der Felix. Hey, Felix. Der Felix. Der Felix. Der Felix. Die Blue. Sie aga. Verspürt. Schwabble Tarbahe Farbina. Sie lief ich dauerhaft noch. Boah, das sieht richtig nobel aus. Fehlt nur die passende Beleuchtung. Und der Kellner. Und der Johnny muss weg. Halt, Johnny. Und Sina hat direkt schon keinen Bock mehr. Was macht sie? Wo soll sie tanzen? Hat sie keinen Kuppermaut, wo er tanzen will? Da ist natürlich nichts. Johnny, du bockst zu tanzen? Komm, Johnny, tanzen wir eine Runde. Oh, Selin geht ab. Yebu. Kimba. Oh. Seina Flynn. Krip, Krip. Ha, ha, ha. Oh, ne. Lieb. Bek. Äh, born in Cape. Ja, born. Rugi. Und muss pinkeln. Apropos, ich muss auch pinkeln. Kelty ist müde. Na gut, dann. Da Kelty auch gut trainiert hat. Kelty geht jetzt ein bisschen auf Klo, geht von aus. Gucken wir mal, was Selin macht. Selin tanzt immer noch. Tanzt ganz alleine. Es sind zwar zig Leute hier, aber Selin tanzt alleine. Ja, äh, passiert, ne? Jonny tanzt da hinten irgendwo. Unverschämte Geschichten erzählen. Oh, wer ist denn das? Wer ist denn das? Alodina. Kelty muss auf Klo. Na dann, auf geht's. Auf auf Klo, Kelty. Und danach kannst du auch nach Hause gehen. Weil du müde bist wie Sau. Zack, auf Klo. Äh, ich bin müde. Äh. So, Selin tanzt immer noch komplett alleine. So macht das die Selin. Die tanzt einfach ganz alleine. Guck mal, die Nina. Nina. Nina, die kennen wir gar nicht. Zum Tanzen einladen. Bla, bla, bla. Urkomische, schlagfertige Antwort. True. It's not. Right about that. Ganz vergessen. Sorry. So, jetzt sind wir Sims 4. Tanzen. Plauder doch mal mit der Nina. Stell dich mal vor. Bis bedrohbar. Bis bedrohbar. Ah, nope, sir. Oh, das ist doch. Rouge Skiba. Ah, Mouj. Mouj. Moubete. Hallo. Jens. Rul Gelna. Starbidude. Gelna. Van Mou. Oh mein Gott. Der Manuel erstmal im. Und Liegestützen. Jawohl. Sarah ist wieder von der Arbeit da. Kaldi wäre es mit, äh, Kontakte knüpfen mit Dodo. Und Dodo geht Kontakte knüpfen mit Kaldi. Los. So, so. Hehehe. Waxe. Nador. Äh, klaudern. Lustige Geschichte erzählen. Ey, ich erzähle eine lustige Geschichte. Die ist bestimmt lustig. Aber ich weiß, sie ist in Sprache nicht. Aber erzählen sie trotzdem. Die ist so lustig. Ich erzähle die ganze Zeit weiter. Und, äh, fass einfach mal durch die Haut an die Brüste. Ja, Celine. Ähm, ich glaube, wir wissen, was mit ihr passieren wird. Äh. Witz erzählen. Los. Ich glaube, wir wissen, was passieren wird. Ja, Simba. Fonil. Slapador. Ah. Ah. Squabble Tarpehane. Ja. Okay, äh, ich glaube, das an die Brüste fassen war auch Slucky. Celine, Celine, was soll das? Lustiges Gespräch. Hm? Was macht Celine denn da? Ein Getränk bestellen. Gute Idee. Was zu trinken wollen. Was ist mit Nina los? Los, geh mit Nina tanzen. Äh, ich glaube, Kau schlagen. Ja, ganz sicher nicht. Oh, es geht tanzen. Weißt du, wenn du erstmal da hinläufst? Bevor du tanzt? Mit Nina plaudern. Uh. Was geht denn da ab? Bläh, 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 bläh. Da ist er, ja. Paulineberg. Oh, Mist. Na los, geh mal hin. Cranny. Oh, Womberg. Oh, oh, oh. Was geht denn da ab? Was ist denn mit der Nina los? Ui. Kriminelle Präsenz. Weißt du, nicht kriminell. Fall nicht auf. Slapador. Sehr coole Musik bringst. Nicht hier hinbringen, sondern kümmer dich mal um dich selbst. Geht nach Hause. Nina geht. Also aus, Celine, für dich. Ab zurück nach Hause. Erst mal an die Brüste gefasst. Ach nee, Celine, Celine, was soll das? Durch den Körper an die Brüste gefasst. Ja, ja, die Celine tut sowas. Für jede Karriere gibt es eine ideale Emotion. Ja, ja, wer es braucht. Jedenfalls haben wir tausend Simoleons und Katie möchte einen Pool haben. Na dann, holen wir doch mal einen. Zumindest einen kleinen. Den wir auch nach Belieben im Nachhinein ausbauen können. Wo ist hier Sims 3? Moment mal, ich hab ne Idee. Kannst du die Nina einladen oder schläft die? Auf dem Klo unterhalten. Nina wird gleich da sein. Cool. Ja, und das Klo erstmal auseinander nehmen. Sauber, Celine. Da ist sie, ja. Los, erzähl mal einen Witz. Und vor allem, äh, setzt euch mal zusammen hin. Sims 3, bestes Sims. Erzähl mal einen Witz, Celine. Scheint zu klappen. Ah, ha, 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 ha. Setz euch mal zusammen hin. Los. Oh, mein Mann. Äh, 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 äh. Ah, ha, 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 ha Was ist denn mit den beiden los? Was geht denn da ab? Ho, 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 ho. Herzchen, ein Küsschen. Oh. Schätze mal, Nina, sitze ich hier? Genau, einfach nur um. Nein, du nimmst dir kein Gericht. Du bleibst natürlich da sitzen. Celine, bleib da sitzen. Ui, 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 ja, ganz genau. Los, weiterschauen. Ganz spitzbübisch bedrängend. Oder nein, besser nicht. Wenn wir schon gerade dabei sind. Eine schlüpfrige Frage stellen. Mache ich echt so viele, Leute. Hört euch die Nina mahnen. Ach du mein Heiliger. Ach du mein, oh mein Fikus. So ein schönes Essen wäre jetzt auch ganz schön. Äh, eine, ähm, kokett angeregte weibliche Stimme kriege ich leider nicht hin. Tut mir leid. Deswegen müsst ihr euch, oh, schmunzeln. Gestehen, sich angezogen zu fühlen. Ja, ähm, okay. Na dann. Celine, was hast du da für Gedanken? Komödien ansehen. Wow, jetzt wird hier sogar geschmeichelt, dass Celine gut aussieht. Ein Stückchen Blümchen, Küsschen, sinnlicher Austausch. Glücklich. Oh, ich werde geschmeichelt. Ich werde geschmeichelt. Was zur Hölle geht denn hier ab? Na gut, hol dir was zu essen. Guck das doch weiter. Nina, bleib da sitzen. Ich bin sofort wieder da. Celine schnappt sich noch was zu essen. Und setzt sich hier wieder hin. Und schaut sich bitte wieder Romanzen an. Los. Ui! Ui! Knuddeln! Uh, oh, 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 oh. Wir warten noch. Celine, du kannst auch was essen. Tö, he, he, he. Na gut, äh, genug geguckt. Fährst du mit einer Umarmung? Nina, du könntest auch mal aufhören zu zocken. Und du musst mal knuddeln. Los. Na los. Na, steht auf und... Na gut, dann hol dir ich zu essen. Du setzt dich jetzt ganz sicher nicht hin. Wow. Ich glaube, ich bin mal still. Janine. Everyprap. Bunkaro. Komm schon. Morathe. Oh. Sinobbafonoi. Ja. Yebouu. Krugah. Funii. Umfra. Na bohrfi wirklich. Bessack. Dimash. Oblisch. Primlieb. Missel. Ja, so ist das. Uh. Ui, ui, ui. Ich muss los. Schade, schade, schade. Ja, Selene. Ob das was mit dir und der Nina wird? Das erfahren wir im nächsten Part Sims 4. Also, mache ich jetzt Schluss für heute. An die anderen, die zugucken. Sag ich noch eben was. Also, bis dann und ciao.